Ja, wir sind jetzt hier auf der EAS in Göteborg in Schweden. Das ist eine Messe, die sehr wichtig ist für die Freizeitbranche, also die ganze Freizeitbranche, wo es natürlich auch um Rutschen geht und Rutschenhersteller, die hier vertreten sind. Wir werden natürlich auch zu den Ständen gehen und mal fragen, was es so Neues gibt. Ja, es werden natürlich die großen Hersteller da sein, also Vigand, Clara, Aquarena zum Beispiel. Wir hoffen, dass wir ein paar interessante Neuigkeiten erfahren über neue Konzepte zum Beispiel. Ja, und wir werden natürlich auch bei den anderen Firmen aus der Freizeitbranche mal vorbeischauen. Also es sind ja nicht nur Rutschenhersteller da, sondern auch noch ganz viele andere und da sind wir natürlich sehr gespannt drauf. Unsere Reise beginnt wie immer in Deutschland. Bereits früh morgens machen wir uns auf den Weg zum Flughafen, von wo aus uns der Flieger in knapp 90 Minuten nach Göteborg bringt. Mit dem Mietwagen geht es dann direkt zum Messegelände der Svenska Messhahn. Vom 6. bis zum 8. Oktober 2015 fand hier die Euro Attractions Show, kurz EAS, direkt gegenüber des bekannten Vergnügungsparks Liseberg statt. Fast alle namhaften Firmen aus dem Freizeitsektor, unter anderem die großen Hersteller von Achterbahnen und anderen Fahrgeschäften, waren in Schweden präsent und zeigten ihre neuesten Entwicklungen. Für uns am interessantesten waren selbstverständlich die Firmen aus dem Wasserparkbereich. Die ganz großen, darunter Brosleit, Polin und Whitewater West, waren auf der EAS vertreten. Doch auch die in unseren Regionen anwässigen Hersteller zeigten auf der Messe ihre Neuheiten. Die Clara Freizeitanlagen AG aus der Schweiz beispielsweise, stellte mit der Fake Slide ein neues Element zur Effektgestaltung vor. Das ist unsere neueste Attraktion, das ist die Fake Slide. Das heißt, wir haben hier ein Rutschenelement, ein Kurvenelement, das nach links führt oder nach rechts. Das kann man haben, wie man möchte. Wir haben hier in gerader Sicht eine Acrylglas-Scheibe und hinter der Acrylglas-Scheibe ist im Endeffekt die LED-Videotechnologie. Und man kann natürlich dort verschiedenste Sachen darstellen, sprich ein Haifischmaul oder eine Baustelle oder irgendetwas in der Art. Und so entsteht für den Rutscher die Illusion, dass er geradeaus auf etwas zurutscht. In Wirklichkeit geht es dann aber links durch die Kurve. Der Clara-Messestand lockte außerdem mit einem Modell des bereits recht bekannten Infinity Jump. Das kennt man ja schon aus Karlsruhe, Europa-Bad, Green Viper. Da ist er ja eingebaut. Im Airport haben wir das H2O, da haben wir auch einen Infinity Jump wie die Thunderbird eingebaut. Da erkennt schon relativ viele, auch viele von euren Usern, sicherlich durch die Videos den Infinity Jump. Und das Besondere ist halt nach wie vor die LED-Videotechnologie. Das heißt, wir haben an der Oberschale LED-Panels eingebaut. Wir haben am hinteren Ende LED-Videopanels eingebaut. Der Hersteller Aquarena aus Jettingen präsentierte gleich drei neue Konzepte. Die neueste Innovation ist der Eagle Diver, eine Weiterentwicklung des Aqua Rocket Fallstarts. Der Eagle Diver ist der Raketenstart für Reifenrutschen. Funktioniert ganz simpel. Man setzt sich hier außerhalb des Starts in den Reifen. Dann fährt man mit dem Reifen langsam in den Start hinein bis zur Falltür, bis man die Falltür erreicht. Dann kippt der ganze Raketenstart ab. Sobald Kontakt zu der Rutsche besteht, beginnt Ihnen ein Countdown mit Lichteffekten, mit Nebel. Und dann öffnet die Falltür, ganz normal wie bei dem normalen Raketenstart auch, und dann rutscht man runter. Die Rutsche selbst kann jetzt eine Loopingrutsche sein, die dann mit Reifen befahren wird. Oder eben eine ganz normale Turborutsche. Der neue Rafting Racer ist eine Reifenrutschbahn, eine Doppelrutschbahn, die mit zwei einzelnen Spuren beginnt. Und dann haben wir zwischendrin zweimal ein Stück, wo diese zwei Bahnen zusammenkommen, in einer gemeinsamen Rutsche, zwei Spuren. Da hat man dann Kontakt zu seinem Nebenmann. Es ist eine Wettkampfrutsche. Man sieht, ist man selber vorne, ist man nicht vorne. Und das Wichtige ist, dass die Rutschen eben so gebaut werden, dass wirklich beide Spuren exakt die gleiche Länge haben. Sonst ist es kein fairer Wettkampf. Die Quadros Light ist eine Rutsche, die mit vier verschiedenen Rutschquerschnitten, mit vier verschiedenen Rutsche-Effekten ausgestattet ist. Wir beginnen oben mit einer geschlossenen Rutsche. Dann als zweites ist ein offener Teil. Dann kommt der Cone. Und zum Schluss haben wir eine Boomerang-Rutsche. Alles in einer einzigen Rutsche. Auch die Niederländer waren auf der EAS vertreten. Während Van Echtdom vor allem Bauprojekte in England und im Baltikum vorstellte, präsentierte die mit Van Echtdom eng verknüpfte Firma Ice Light ein interaktives Wasserspielsystem für zwei Spieler. Dieses besteht aus zwei Wänden mit Touchpoints, welche im Aufleuchten so schnell wie möglich berührt werden müssen. Es ist das selte Spiel, was wir gemacht haben in den Watergleibaren, der Aquasmesh. Aber in diesem Fall wird es nach der Droge geholfen geholfen. Das Ziel ist, dass man mit zwei Personen kann spielen und die Punkte kann raken. Derjenige, die alle Punkte gescoord hat, soll ervoor sorgen, dass der andere ein emmer koud water über seinen Kopf kriegt. Und in diesem Moment können wir dann wieder filmen, fotograferen und wieder versturen via de Tablet nach Social Media. Ich stelle vor, dass wir das Spiel spelen und dann sehen wir was, was passiert. Ich empfehle dich um das Spiel mit mir zu spielen. Ein Waterride der ganz besonderen Art stellte Fishpipe Europe vor. In der Fishpipe rutscht man in einem drehenden Barrel beliebig lange auf und ab. Mein Name ist Frank, ich bin der Besitzer von Fishpipe Europe, der einzigartigen und neuen Attraktion in Richtung Wasserrutschen oder Waterride in Europa. Und zwar reden wir hier von der Fishpipe, dem längsten Waterride, den es gibt. Es handelt sich hier um ein aufblasbares Barrel, was sich in einem stabilen Metallrahmen dreht, angetrieben von einem Elektromotor. Dadurch hat man ein einzigartiges Rutscherlebnis, was es so bislang noch nicht gegeben hat. Es besteht aus zwei aufblasbaren Barrel, die miteinander verbunden sind, über 600 Nylonschnüre. Dadurch ist es sehr federnd gelagert. Man kann sich nicht verletzen. Die Verletzungsgefahr ist sehr gering, beziehungsweise besteht praktisch überhaupt nicht. Im Inneren der beiden Barrel befindet sich etwas Wasser, wodurch ein einmaliges Rutscherlebnis besteht. Das heißt, durch dieses Wasser rutscht man automatisch immer wieder an die tiefste Stelle des Barrels zurück. Das heißt, das Barrel dreht sich um einen selbst, während man selber, sicher wie in Abrahams Schoß, am unteren Ende des Barrels bleibt. Hierbei sind aber natürlich verschiedene Möglichkeiten. Man kann sich um sich selbst drehen, man kann auf den Bauch rutschen, man kann auf den Rücken rutschen. Es gibt die Möglichkeit, dass man läuft, es gibt die Möglichkeit, dass man surft. Das heißt, es gibt eigentlich gar keine Grenzen. Die einzige Grenze ist einzig und allein der Benutzer im Endeffekt. Von daher etwas Einzigartiges, was Fantastisches, wurde ursprünglich mal in Neuseeland erfunden, hat jetzt aber seinen Weg bis nach Europa geschafft. Und in jüngster Zukunft wird es sicherlich die eine oder andere Fischbeife in Europa geben. Wie auch in den letzten Jahren konnte auf der Messe sehr viel selbst ausprobiert werden. Zahlreiche Simulatoren, 4D-Kinos und Lasertag-Anlagen konnten von jedem Messebesucher nach belieben getestet werden. Spielspaß versprachen auch die gefühlt dutzenden Hersteller von Air-Hockey-Tischen und Spielautomaten. Spielspaß versprachen auch die Fischbeife. Nach der Schließung der Messehallen fand die EAS Opening Reception im direkt gegenüberliegenden Freizeitpark statt. Nach einem Sektempfang sowie Essen und Trinken gab es hier sogar explosive Öffnungszeiten bestimmter Parkattraktionen. So hatte beispielsweise Lisebergs Aushängeschild, die Achterbahn-Helix, bis spätabends geöffnet. Auch die neue Attraktion Mechanica konnte ausprobiert werden. Den Abschluss der Opening Reception bildete eine beeindruckende Feuerwerkshow. Auch am nächsten Tag sowie dem Wochenende hatten die Messebesucher und Aussteller die Möglichkeit, im Freizeitpark kostenlos einen Besuch abzustatten. Unsere Schwedentour führte danach noch etwas weiter. Abonniert diesen Kanal und seht in Kürze weitere Specials von unserem Trip durch Skandinavien. Anc gates mit dennoch die Shouldershauer Felder schlagen, die uns weitervergleich normaler sehen, Wie kann man in Kürze nochmeter mehrfach höre, dieses die Streitet werden nicht mehr � Gir تھ Excellent. Beide dir ein åt.